Was? Das ging ja nicht so, ich hatte ja gar keine Lust. Ja, ich glaube, wir werden unser Inventar wohl erstmal... ...dalassen, wo es ist. Wir holen das wieder, und wenn ich hier noch hundertmal sterb... Wir haben aber bald nichts mehr in den Rohstoffen. Wird noch irgendwas da sein. Irgendwas wird doch hier noch. Wir hatten doch mal so viel Gold. Ich glaube, das habe ich gerade nicht davon. Du hast nicht unser ganzes Gold mitgenommen. Wir haben noch zwei Eisenbahnen. Sonst müssen wir eben wieder auf die altmodischen Dinge umsteigen. Komm mal mit, komm mal mit. Hast du ein Schwert? Nein. Und Nahrung? Nein. Jetzt habe ich eine Nahrung. Ich brauche noch was. Gib mir Nahrung. Ah, hier ist ja nicht mal so das ganze Holz verbraten. Was hast du mit dem Holz gemacht? Holz ist hier in der Kiste. Nahrung ist in der Kiste. Warum das denn? Weil ich da auf die Schnelle reingelegt hatte. Hast du jetzt noch was zu essen? Ich habe noch zwei Pilzsucken mitgenommen. Na, gib mir mal eine. Schnell! So, komm mal mit. Hast du tatsächlich das letzte Eisen jetzt verbraucht? Ja, zwei Eisen haben wir noch in der Fresskiste. Oh, komm, du hast mal mit. Ja, ich bin ja unterwegs. Wir wissen, wir müssen hier wieder wegnehmen. Hmmmm... Theoretisch... ...müssten wir jetzt einfach... Also, pass auf! Du rennst aus dem Höhenengang raus. Hoch! Und am besten, damit du dann ganz schnell runter renn kannst. Also, damit du weg kommst. Also, dass du weg kommst. das Inventar holen und wieder zurück. Ist ja ein super... Dann wirst du wahrscheinlich zwar noch mal sterben, aber... Wir haben das mega Inventar, Alter. Wie warst du eigentlich jetzt? Ach nee. So, hier oben erwartet sich bestimmt erstmal wieder die schweinigen Gesellen. Ja, da ist einer, aber den zieht doch nicht weg. So, gehst du vor? Ach so. So, wie soll das Ganze jetzt tunieren? Du rennst raus, links hoch und am besten dann gleich wieder weg, so dass du ziemlich viele Tauchis bei dir hast. Wieso wäre ich jetzt angegriffen, wenn du hier... Was machst du denn? Sollte dein Plan nicht irgendwie anders funktionieren? Ja, dass ich eigentlich nicht angegriffen wäre, aber... Schalt mal kurz diese ekligen Viecher aus. Dann wäre aber trotzdem das Inventar weg. Warum? Ja, weil es anders nicht geht. Du brauchst doch einfach nur auf friedlich stellen. Ja, kann ich aber so nicht. Hm... Wir werden mit dem Verlust leben müssen. Naja, aber das war alles, was wir haben. Das können wir ja nicht einfach verlieren. Äh, doch, ich denke schon. Jedenfalls keine Lust, das Inventar zu verlieren. Ich wäre jetzt unbewaffnet, dass du mal dorthin. Ich hab grad ziemlich, ziemlich nervige Lacks. Bei dir sind hoffentlich keine. Nö. Gut. Ich überlege Karte. Das könnte funktionieren. Aber bei mir funktioniert ja grad gar nichts mehr. Da ist... Ich hab nur noch Standbild jetzt. Ich glaube fast da hat sich Minecraft verabschiedet. Ja. Minecraft has run out of memory. This could be caused by a bug in the game. Or whatever. Ich bin also... Ja. Sie sind zu oft gestorben. Deshalb mussten wir sie leider töten. Und der Algor, der ist gleich wieder da. Da ist er schon wieder da. Zu. Das wird jetzt der letzte Besuch im Netan. Ja, vielleicht nicht für immer, aber... Ja und... Für die nächsten... 100... 200... 1000... Folgen. Bist du grad schon wieder am... In den Netan kommen? Ich bin schon drin. Na gut, jetzt läuft das Spiel auch wieder. Die... Die... Die Tiere sehen mich ja trotzdem noch und greifen mich noch an. Wie, die sehen dich trotzdem? Ja, ich hab grad auf Friedrich... Friedrich gestellt. Auf Friedrich gestellt, aber... Du kannst halt auch nicht auf Friedrich stellen. Bei mir ist es friedlich. Geht aber nicht. Ich... Ein verdammt blödes Spiel. Ich glaub wir werden in Zukunft was anderes spielen. Ich glaub nicht. So, was hast du jetzt vor? Ich sehe schon die Zombie-Menschen genauer auf unseren Kopf fallen. Ich denke wahrscheinlich nicht mehr in rechts. Ah, was machst denn du? Ich steh hier rum. Wo ist denn das Inventar? Hier ist es. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich versuche sie auf mich zu pullen. Ich glaube es hat geklappt. Ja. Aber ich habe irgendwie überhaupt nichts dabei. Ja, naja, der Rest den du nicht eingesammelt hast, der ist wahrscheinlich in der Lava gelandet. Aber wenn du es meinst erstmal, ist das ja okay. Naja, Gold, Goldschwerter, Melon, ein Stück von der Rüstung. Mach das ja nicht sehr viel Gold. Äh, ne. Aber naja, gut. Das hat ja nur zu bedeuten, dass es dann, äh... Ja, dann werden wir wohl demnächst mal wieder eine kleine, äh, Tour machen müssen. Ja. Ja. Na, das ist natürlich blöd. Was? Äh, mein Gas, da. Tor. Geh einfach durch. Äh, ne. Ich kann hier nicht drin stehen bleiben. Aber kurz geht es doch. Ja, kurz reicht aber, glaub ich nicht. Jetzt ist er grad ein Stück weg. Das zweite Mal, dass ich das Portal, äh, in diese Richtung betrete. Wir sollten das vielleicht ein bisschen zubauen. Ja. Vielleicht. So, erstmal wieder in der tollen Welt. Ah, das ist ja gleich eine richtige Entspannung hier. Ja, äh, da sind wir ja theoretisch wieder. Wir haben, hm, alles Eis verloren. Jede Rüstung. Und ziemlich viele Schwerter. Aber wir haben zum Glück noch eine Diamant-Axt. Äh, Quatsch, eine Diamant-Hacke. Ne, nicht Hacke. Spitzhacke. Denn... Zum Glück hab ich die abgelegt. Ja, das... War, glaub ich, das Schlauest, was wir gemacht haben. Hm, und? Mit Glowstone haben wir ja jetzt, äh, theoretisch auch keinen. Das eigentliche Ziel, würde ich sagen, verfehlt. Aber sowas von verfehlt. Da sieht man es wieder, wenn man in den Netakets ist man... Ah, ärmer als wenn man reingeht. Also, wenn man rauskommt... Es lohnt sich einfach nicht. Nicht ohne Diamant. Naja, gut, das könnte sich dann aber auch ganz schnell wieder ins Negative bekehren. Ja, aber da... Wenn man versucht in Lava zu sch...